Was passiert in dieser Folge? Ich glaube, ich liebe dich, Mann. Aber ich liebe dich doch. Mal werd ich verarscht. Hä? Weinst du? Ja. Wie kann man jemanden so krass hassen? Wichtig! Was genau kommt mit dir? Was passiert in dieser Folge? Wie ihr schon im Titel gelesen habt, will ich heute ein Mädchen pranken, beziehungsweise eine Freundin, die ich seit gestern kennengelernt habe? Ich werd dir einfach sagen, ich liebe dich, dass ich mich halt mit der Zeit in sie verliebt habe, in ihre schönen Locken, in ihre Kurven, in ihre blonden Haare, in ihre blauen Augen, keine Ahnung. Ich bin wirklich gespannt, wie sie darauf reagiert, weil als ich sie gestern in einem anderen Video kennengelernt habe, als ich in ihr Clan joinen wollte, da hat sie so Andeutungen darauf gemacht, dass sie mich mag. Schon, das wird schon lustig so. Ich bin gespannt, wie es sich so entwickelt. Ich lade sie jetzt ein, dann spiele ich mit ihr so ein bisschen und dann fange ich an, sie ein bisschen anzumachen und Sachen zu erzählen. Also, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, create a code I'mNATIS und ansonsten folgt mir auf Instagram, da heiße ich auch I'mNATIS. Wir haben fast die 20.000 Follower einfach zu wild, Freunde. Ähm, hey Valeria, was geht ab? Hi. Geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Ja, auch ganz gut. Hast du Lust, ein bisschen Duos zu spielen? Klar, wieso nicht? Wie war dein Tag so? Ja, ganz okay und deiner? Ja, war auch ganz gut. Ich hab ja deine Bilder auf Instagram gesehen, ja, und ich muss sagen, du bist schon ganz hübsch, ne? Also, ehrlich gesagt. Danke. Bitte. Du auch. Dankeschön. Ich werd jetzt leichte Andeutungen darauf machen, dass ich sie voll mag und dass sie halt voll hübsch ist. Und ich sag erst mal so, ich hab gestern von dir geträumt, von deinen hübschen Bildern. Mal schauen, wie sie auf sowas reagiert. Ich bin wirklich gespannt. Valeria. Hallo, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Keine Ahnung, wie ich es dir erklären soll. Lass mal hier auf die schönen Berge da, wo man ganz gechillt chillen kann. Ich muss dir ehrlich was sagen, und ich weiß nicht, wie du darauf reagieren wirst. Ich hab gestern von dir geträumt, so von deinen schönen Kurven und so. Was? Ich schwör. Seitdem ich von dir geträumt habe, keine Ahnung, ich hab so Schmetterlinge in meinem Bauch. Kennst du das? Ja, aber safe nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, vielleicht hab ich mich ja verliebt, aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Hä? Soll ich dir mal sagen, was ich an dir am meisten hübsch finde? Was denn? Du hast voll die schönen Locken, so richtig blonde, schöne Locken. Hä? Ich schwör, die sind voll hübsch. Ich hab ja auch gesehen, du wohnst ja auch in meiner Stadt, ne? Ja. Können wir mal vielleicht auf ein Date gehen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich denken soll, weil meine Gefühle sagen zu mir, sie ist voll hübsch. Du musst dich unbedingt mal mit ihr treffen. Hm, ja, muss gucken. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich dich wirklich liebe, weil von einem Tag auf den anderen kann man das ja nicht so sagen, ne? Das stimmt. Ey, ich muss den ganzen Tag an deinen Po denken. Du hast voll den richtig so richtige Kurven, ey. Die sind... Es ist so schlimm, wenn ich daran denken muss. Nein, ist nicht schlimm, aber als ob so. Wir werden jetzt komplett übertreiben und ich werde jetzt sagen, liebe dich, lass dich jetzt treffen, weil ich halte es nicht mehr aus. Ähm, Valeria. Ja, aber warum bist du die ganze Zeit gemütet und dann wieder... Ja, weil ich versuche immer ein bisschen Wasser zu trinken. Ich habe eine Allergie gegen Luft. Äh. Ne, Spaß, Spaß. Nein, ich muss echt überlegen, wie ich mit dir reden soll, weil ich bin voll schüchtern und ich glaube, dass ich dich halt wirklich liebe, seitdem wir halt gestern ein bisschen zusammen gespielt haben und ich deine Bilder gesehen habe. Du bist halt echt mein Traum mit. Ich glaube, ich liebe dich, Mann. Also ich bin verliebt in dich. Ohne Scheiß jetzt. Das ist jetzt kein Job, Mann. Oh, wie süß. Ja, wir können uns schon mal treffen. Also ich fände dich ja auch ganz süß. Scheiße, scheiße. Das ist ja ein Prank und sie mag mich auch. Das darf auf keinen Fall eskalieren, weil wenn ich das später dann auflöse, das darf einfach nicht eskalieren. Ich sage, ich rede ein bisschen so mit ihr und so und dann frag mal, was sie an mir so gut mag. Ey, Valeria, was magst du denn an mir so? Ich finde deine Locken süß. Ich habe gerade keine Locken, aber okay, danke. Ja, aber auch deine alten Bilder. Ja, okay, danke schön. Und dein Humor hat erst ganz nice. Denkst du, ich habe einen großen Tyrim? Safe. Denkst du? Sei ehrlich. Stimmt, hallo. Du bist auch ein großer Mann. Ja, da hast du natürlich recht. Schau mal, ich habe ehrlich gesagt seit gestern echt nur Gedanken an dich verschwendet, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe echt die ganze Zeit nur an dich gedacht. Du gehst mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Was kann ich dagegen machen? Ich meine, du bist meine Droge. Oh, das ist voll süß. Aber ich weiß auch nicht, was du dagegen machen kannst. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mit meiner Droge. Wer weiß. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Vielleicht bist du hier auch mal vielleicht irgendwann mal meine Droge. Ah, okay. Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Ich weiß. Ja, worauf will ich denn hinaus? Warte mal kurz, ich muss Wasser trinken. Ey, was soll ich denn jetzt sagen? Ich glaube, sie liebt mich halt wirklich. Wenn sie mich liebt, was soll ich denn sagen halt? Warte, ich muss jetzt herausfinden, ob sie mich liebt, weil ich liebe dich. Prank geht einfach. Das eskaliert gerade. Weil, schau mal, ich rede gerade nochmal mit ihr und sie macht mir gerade Andeutungen, dass ich vielleicht auch ihre Droge sein werde oder was auch immer. Auf jeden Fall bleibt noch unbedingt bis zum Ende dran. Ich bin gespannt, was sie jetzt noch sagen wird. Okay, ich bin wieder da. Oh nein, ich bin in der Zug. Ähm, du meinst ja, dass ich vielleicht deine Droge bin irgendwann. Was meinst du eigentlich damit? Ja, vielleicht, wenn du es ja so redest, das schmeichelt mich ja schon irgendwie. Deswegen, ja, wenn nicht, dass ich mich in dich auch noch verliebeiste, weil du bist auch schon echt süß. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, okay, danke auf jeden Fall. Das ist voll nett von dir. Aber hast du jetzt schon Gefühle für mich oder sagst du eher, nee, ich liebe dich noch nicht? Ja, ich kenne dich auch noch nicht so. Okay, also hast du keine Gefühle? Nein, leider nicht. Nein, finde ich auch nicht schlimm, weil, wenn du mich, wenn du mich jetzt geliebt hättest, dann wärst du voll leicht zu erobern und ich will halt echt was tun für dich, weil du bist mir was wert, deswegen. Oh, wie süß. Warte, ich muss kurz wieder Wasser trinken, okay? Was soll ich machen? Was soll ich machen, Freunde? Ich glaube, im Endeffekt so, sie liebt mich vielleicht und dann, warte, warte. Ich finde es, ich finde es halt voll süß, wie sie damit umgeht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so damit umgeht, weil es gibt schon Weiber, die würden da vielleicht auslasten. Ich finde es echt korrekt, wie sie damit umgeht, aber ich habe nur Angst, dass sie vielleicht doch Gefühle hat, weil sie sagt mir, glaube ich, gerade nicht die Wahrheit und dass sie mich dann halt, dass ich sie halt verletzen würde, weil ich möchte echt niemanden verletzen. Ich bin halt nicht so ein Mensch, der andere Menschen verletzt, weil ich finde sie halt eigentlich ganz süß. Egal, ich sage jetzt einfach, dass ich sie voll mag und dass das jetzt ein Prank war und dann ist hoffentlich alles gut. Ich hoffe, ich habe sie nicht verletzt. Valeria, ich muss ihr was sagen. Wir sind Gegner. Ich muss ihr, wie gesagt, was sagen, ne? Ja, was denn? Soll ich ihr sagen, das war ein Prank? Keine Ahnung. Schau mal, ich muss ihr was sagen. Das Ganze... Du wurdest geprankt! Ich liebe dich nicht! Dein Ernst jetzt? Ja, das war nur ein Prank. Wieso verarschst du dich? Hä, ich verarschst du dich nicht? Nein, ich liebe nicht so viel. Hä, chill doch mal dein Leben. Ich habe nur gesagt, das war ein Prank. Ich kann verarschen. Hä, ich habe mir voll die Hoffnung gemacht. Was ist dein Ernst jetzt? Hä, wie? Du hast dir die Hoffnung gemacht, weil du hast nur gesagt, du liebst mich nicht. Hä, wie? Aber trotzdem bin ich dich arschen jetzt. Hä, chill doch mal. Das war ja nur ein Prank. Ja, trotzdem. Das macht man nicht. Ja, okay. Es tut mir leid halt. Was kann ich dafür, wenn ich dich nicht liebe? Ich habe nur ein Prank gemacht. Es tut mir leid, wenn ich die Hoffnung oder so gemacht habe. Aber das war halt nur ein Prank. Ist okay. Du bist jetzt gerade ab... Ich weiß. Chill mal, das war nur ein Prank. Ich schwöre. Weißt du, was ich meine? Ja. Aledia, bist du eigentlich immer noch salty auf mich wegen der einen Sache? Scheiße, ist es schon, ne? Ich save und sag, es ist nur ein Prank, damit ich über mir keine Hoffnung mache. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das... Ich habe dir ja gesagt, das ist ja ein Prank. Also ich liebe dich, Jens. Das war ja nur Spaß. Bestimmt safe liebst du mich. Hä, ich habe doch gesagt, ich liebe dich nicht. Das war nur ein Prank. Schau mal, es tut mir echt leid. Ich möchte niemanden verletzen. Und es tut mir ehrlich leid vom ganzen Herzen. Aber ich möchte halt zur Zeit auch keine Freundin, deswegen. Aber ich liebe dich doch. Warte, sie sagt, sie liebt mich. Und vorhin hat sie gemeint, nein, ich liebe dich nicht. Warte, warte, sie will mich verarschen. Also hast du... Also hast du mich verarscht? Damit, dass du gesagt hast, ja, ich liebe dich nicht und jetzt auf einmal liebst du mich. Also hast du... Hast du mich einfach ganz... Einfach verarscht? Aber du hast mich doch auch verarscht. Hä, nee, ich habe dich ja nicht verarscht. Das war ein Prank. Und ich war ja nur so wegen... Es tut mir leid, Mann. Komm mal, ich will dich nicht verletzen. Weinst du? Ja. Schau mal, ich will dich nicht verletzen. Ich mag dich doch als Person. Und ich wollte mal halt so ein Video machen, wo ich jemanden pranke, sie angeblich liebe. Und ich hätte diesen Prank an Sophie oder so machen können. Aber ich wollte es halt an... Ich wollte diesen Prank an dir machen. Warum macht das jeder bei mir? Immer werde ich verarscht. Mann, ey, es tut mir wirklich leid. Aber kann ich dir jetzt helfen? Was soll ich denn machen? Ich habe mich entschuldigt, dass es ein Prank war. Weiß ich nicht. Ja, aber du brauchst doch jetzt nicht zu weinen, weil ich meine, und es war ja nicht böse gemeint. Ich mag dich halt auch und süß finde ich dich auch. Und dann, weißt du, macht sich ein Mädchen halt Hoffnungen, wenn du ihr sowas sagst, wie sowas, was du gesagt hast. Dann macht man sich halt Hoffnungen und dann am Ende kommt sowas raus. Weißt du? Das ist nicht schön. Ja, ich weiß halt. Es tut mir ehrlich gesagt auch nochmal leid. Hätte ich was Schlechtes von dir gewollt, dann hätte ich dich verarscht und hätte gesagt, ja, ich liebe dich. Und dann hätte ich die Hoffnung gemacht. Aber sei doch froh, weil ich sage dir im Endeffekt, die Wahrheit ist halt viel besser als Liebe. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber trotzdem tut es weh. Ja, wie hast du dich denn in mich verliebt? Weil schau mal, das Ding ist, ich kannte dich doch halt erst seit gestern. Oder kanntest du mich schon früher von meinen Videos? Ja, ich kannte dich halt schon von deinen Videos und fand dich da halt voll nett. Dann hast du gesehen, dass wir zufällig in einer Stadt wohnen und dann dachte ich... Ja, weil ich dachte halt so, das geht vielleicht, weil du wohnst ja in der gleichen Stadt und an deinen Videos fand ich dich immer schon richtig nice, so sympathisch und voll lustig, so deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht hat er ja auch Bock, weil so, wenn man so einen Fan hat, also was heißt Fan, jemanden, der in der Stadt wohnt, ist bestimmt geil, so wenn man dann jemanden hat. Ja, okay, ich kann dich echt verstehen, dass du das nicht cool findest, weil du ja halt Kühle hattest. Aber ich dachte mir, komm, ich prank mal jemanden für ein Video, damit ich halt ein Video habe. Aber dass das halt so eskaliert, hätte ich nicht gedacht. Das tut mir ehrlich gesagt nochmal leid. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja halt irgendwann mal etwas. Also ich möchte dir jetzt keine falschen Hoffnungen machen und dir sagen, ja, ich liebe dich. Aber wer weiß, vielleicht können wir irgendwann mal was machen, so rausgehen oder so. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass es was wird, sondern halt eher freundschaftlich, okay? Nein, das macht es wieder besser. Also wenn wir uns treffen, dann verzeih ich dir. Ja, mal gucken. Aber ich bin nicht so eine. Ja, okay. Also Community, schaut unbedingt bei ihr vorbei. Das war gerade ein Prank, ist ein bisschen eskaliert. Ich habe es mir nicht so gewünscht, dass sie so verletzt wird, aber Freunde, ich kann halt ehrlich nichts dafür, weil ich wusste es ja nicht. Und es tut mir nochmal leid an der Stelle. Geht alle sie abonnieren. Link in der Beschreibung. Sie streamt auch und so. Und deswegen, lasst unbedingt ein Abo auf diesen Kanal da. Wenn ihr wollt, kann ich öfter Pranks bringen. Und wenn ihr den habt, dann schreibt Pranks in die Kommentare, wie ich zum Beispiel jemanden prank habe. Abonniert ihn auch. Okay, beste Community, haut rein. Was passiert in der nächsten Folge? Prank eskaliert einfach. Nein.